Also die Maschine überzeugt mich so dermaßen. Die Schnelligkeit, die Kraft und der Sechszylinder-Motor ist laufruhig. Das ist einfach nur geil. Es macht einfach nur Spaß. Du steigst ein als Maschinist und sagst, boah, was ist das für ein Gefühl? Du kannst im Display, kannst du dir als Fahrer selber einstellen. Die Geschwindigkeiten von Arm vor, zurück, alles kannst du separat für Fahrer, für dich selber einstellen. Wo hast du das? Du brauchst keinen Monteur rauskommen lassen. Der Platz in der Kabine, alter, wie im Wohnzimmer. Und dann diese Ruhe. Du machst die Tür zu, du hörst außen nichts, weil der Sechszylinder, der ist so laufruhig. Also bequem, übersichtlich, sehr viel Platz. Einfach nur geil, kann ich dir sagen.